jo leute was geht heute mein name ist blaze chris willkommen hier zurück bei sg e swiss german elite ja hier endlich mal ein neues commentary von mir und zwar geht es heute um rage adults also oder adult rage wie es auch immer haben wollt junge jugendliche die fluchen die sich einfach nur aufregen und ständig irgendwie das gefühl haben sie müssen beleidigen letztes video war ja kiddie rage und heute halt ein bisschen ältere generation jo ihr werdet es auf jeden fall genießen es wird lustig aber abgesehen von dem ganzen commentary und 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 also das hier ist auf jeden fall mal ein gameplay von prexivity der endscore war irgendwie 102 zu 20 eigentlich nicht ziemlich üble kranke scheiße die er da geballert hat auch wenn es ein bisschen ein bisschen gecamper da war ne also prexivity das hätte ich nicht von dir gedacht ne und da ja es wird sowieso dann irgendwie eine diskussion stattfinden da wird er mir auch sagen es war eher so map control und 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 spawn trappen bla 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 für mich ist es immer noch ein bisschen gecamper aber spielt ja auch keine rolle schließlich geht es hier heute ums commentary nicht ums gameplay ich werde euch zwei ausschnitte zeigen da geht es ausschließlich irgendwie um einen türken der sich aufregt von wegen er hätte auf türkisch irgendwas geflucht oder so und der einte admin hat was dagegen und hat ihn dann aus dem server gekickt und so weiter und so fort also der regt sich derbe auf und beleidigt ihn auch und beim zweiten commentary ist es dann eher so noch ein tick schlimmer wo es wo dann auch rumgeschrien wird dass es wird auch ziemlich laut vielleicht eventuell dann noch das headset ein bisschen leiser drehen ich hoffe ihr genießt es für den ersten moment ich melde mich gleich wieder zurück beim nächsten comment bis gleich macht er auch noch eine aufnahme bist du so ein nab du nab du wenn du mit mir reden wird seine rede anständig ich rede ganz normal mit dir wenn basti hier werden wir noch mal darüber reden du kriegst mich vom server obwohl ich nicht mal mit dir gesprochen habe du spänner du du kriegst mich vom server echt machen der aufnahme interessiert mich ein scheißdreck ich habe eigentlich gedacht dass ich mit vernünftige leute spiele mit nette leute spiele das hat mir basti gesagt was für ein arschloch bist du lang du kriegst mich vom server du bist ein spänner und wenn du im css-quad spielst nennen spiele ich hier nicht du spänner du wir haben wir haben einer geredet man ich habe auf dem server gespielen bist du blöd oder was was für ein gefluche bist du dumm oder was ich habe auf türkisch geredet bist du dumm oder was du kriegst mich vom server echt du kleines arschloch und dann machst du eine aufnahme und das willst du dir dann jeden zeigen ne ich fick deine fresse du spänner du wichser du ey ich will dass basti online kommt ich will dass der ich will dass basti online kommt dann wird das geklärt weil es mit so einem arschloch wie dir spiel ich nicht du kleiner wichser du kannst du ruhig basti vorspielen interessieren scheißdreck spänner du freut er sich dass er sa recht hat du spänner du hier mit dir habe ich nicht geredet man wie kommst du auf dass ich rum geflucht habe mit dir hat keiner geredet verstehst du türkisch kannst du türkisch habe ich rum geflucht mit dir hat keiner geredet lässt du mich mal ausreden ich lasse ihn scheißdreck aus reiz deine fresse man red mit den anderen aber nicht mit mir ich will in ruhe mein spiel zu ende zocken ey arschloch wenn basti ist online im icq schreibe ihn an er soll hierher kommen das wird geklärt du kriegst mich zweimal vom server ruft er soll sofort online kommen er soll sofort online kommen ja ich habe keinen bock auf dein geschrei hier bin du bist du die gemeinschaft bist du die gemeinschaft oder was er hat mit dir geredet wer hat mit dir geredet wer hat rum geflucht wer hat mit dir geredet die aufnahme interessierten scheißdreck kannst du den ganzen klaren vorspielen schlug mich ein scheißdreck mir hat man vergewissert als ich in den klaren beigetreten bin dass ich mit nette leute spiele aber nicht mit idioten wie dir natürlich du kriegst mich zweimal vom server und das nur weil ich die ganze zeit nicht mit dir geredet habe weil ich nicht mit dir geredet habe richtig deswegen hast du das so nack bist du weil ich nicht mit dir geredet habe nur weil ich einmal gesagt hat sich der land spinne ich habe gesagt auf türkisch sich der land heißt verpiss dich verpiss dich spinne und dann lache ich auch noch willst du mich verarschen oder wer hat mit dir geredet habe ich den klaren beschimpft habe ich dich beschimpft habe ich die afg-leute hier beschimpft habe ich schiebe habe ich blut alle wen habe ich beschimpft wen habe ich beschimpft komm sag's mir ich habe dir lediglich gesagt dass du nicht rumfluchen sollst und jetzt gerade beschimpfst du mich habe ich beschimpft den habe ich hier beschimpft den habe ich beschimpft womit womit du willst ein spinner was du hier gerade zeigst was du hier gerade von mir gibt macht nur ein spinner ein idiot der von keiner sache ahnung hat pass auf ich diskutiere nicht mit dir entweder du gibst jetzt einfach ruhe oder du suchst dir ein anderes team speak entweder du arschloch du stellst den rekord ab und dann klären wir das unter uns damit wir eigentlich weißt du wird man menschmann bleibt man mensch im herzen vogel bleibt man mensch im herzen mann spinner willst du das den ganzen leuten vorspielen etwas was du falsch verstanden hat wenn du ein mann bist wenn du ein mensch im herzen bist dann sagst du dann sagst du ich habe ihn zweimal vom server gekickt werden wir nachher darüber reden wenn du mensch im herzen bist willst du mich bang heute für den tag willst du mich dann richtig richtig bahn mich doch bahn mich doch bahn mich doch das wird mit basti sowieso geklärt ich schreibe ihn an im ICQ kein problem mit der hat keiner geredet napp du alter ihr habt es gehört das ist richtig geil richtig hammer mäßiger wie sich der typ aufregt auch wenn er ein trial member ist und so also sicher schließlich ich glaube irgendwie im teamspeak war das jetzt gerade und es war einfach eine fickerei nach der anderen und beim zweiten wird es noch lustiger weil da gibt es richtig ich sag mal verbale prügelei und ja ich werde euch dann nachher erklären wieso dass ich bis jetzt keine videos gepostet habe zwei oder drei wochen lang und ja bis gleich ich genieße einfach auf jeden fall auch die nächste show also die wird richtig genial hast du verstanden du bist ich schwöre ich hau dir so der wenn deine scheißverdammte fresse du missgeburt wenn ich dich doch einmal in der liga cheaten sehe bums ich dein arsch mein nigger ich picke deine ganze generation das schwöre ich dir was bildest du dir ein jedes mal zu warten bis ich da lang komme um den header zu gehen bis zu behinderten kopf auffälliger gibt es gar nicht du missgeburt er ist ja mal ein gedicht geschreven ey komm du bist uns scheiße ey genau gedacht hast du kann nacken bis klar bist du kann nacken was sonst mann ey nur kann nacken können im internet cheaten mann du bist so ein wurensohn ich schwöre ey ich bin ich erst november reingekommen inet you were kicked from the server link engaged channel new player du missgeburt pass auf ich spiele seit november erst im internet aktiv ne ich war vorher nie im internet ich war lan nfick norscom etc alles und dann komme ich ins internet dann kommt so eine missgestalt wie du da rein nacken was glaubst du für ein scheiß alleine schon die letzte ey wie alt bist du wie alt bist du mein mutter mann du hurensohn ich schwöre ich werde jedes einzelne spiel was du machst werde ich mir die demo saugen und ich werde dafür dass du gefickt wirst warum solltest du warum solltest du gegen mich ich habe 304 punkte in der rs warum solltest du gegen mich ein draw du spielst gegen mich ein draw warum solltest du es deleted lassen warum sagt mir gib mir einen grund ey sag mal Doyson und so dann bist du echt irgendwie bescheuert du hattest du es genauso als wie ich ey komm Halt deine verdammte fresse du hurensohn ich schwöre es dir ich bump deine mutter tot mann jedes einzelne er ist wo was du machst werde ich mir die demo saugen und ich werde ich es verdammter huhlensohn Halt deine Presse, red mir nicht dazwischen, Mann! Du Missgestalt! Ey, wie du gecheatet hast, du verdammte kleine Missgestalt! Ich werd dich auch... Ja, warum hast du ihn deletet? Er hätte es so angenommen, wäre das alles gut, ey. Komm! Was? Du... Wie, was? Sag mir doch... Junge, red mir nicht dazwischen, jetzt sag mir! Ich red dir dazwischen, ey, komm! Gib mir einen einzigen Grund, warum du deleten hast. Warum hast du deletet? Sag mir, sag mir den Grund. Äh, ich sag... Mein Gott, ey, ich sag lieber gar nichts mehr. Scheiß. Alter, das ist schon die letzte Runde, ey. Ja, nein, lass doch deine verfickte Demo bei meinem TV hoch so wirst. Halt's Maul, ich red jetzt. Ja, ey, halt deine Fresse, Mann. Halt deine Fresse, ich red jetzt. Mit deiner scheiß verkackten Brille, du Missgeburt, Alter. Du besitzt die ganzen Tag vor PC und hast nichts Besseres zu tun, wenn ich zu dir... Das mit Brille hast du recht, übrigens, ne? ...eine ganze Generation. Klar ist das Tag, dein ganzer Account ist Tag, seit 05. Du bist nicht jemand, der auf Lagen gewesen ist. Du bist ein scheiß Inetschter, der wegen schwarzen Rands oder sonstiges gepackt wurde. Ey, du bist ein Huresohn. Ich kriege dich, mein Freund. Ich kriege dich, ich krieg dich dran. Im Reelite, so im Internet mit Demos. Ich kriege dich tot, mein Junge. Und jetzt verpiss dich. Kick die Bandi, Bandi. Los. Du Huresohn. Was ist los, Herr? Ich fresse, du Missgeburt, Mann. Rass es nicht. Er weiß, dass er keine Nacke ist. Das ist richtig geil und ich kann einfach nicht mehr... Bei mir laufen schon die Tränen die Backen runter, ey. Also es war so richtig zum Genießen. Also ich hab's auf jeden Fall lustig gefunden. Ich weiß nicht, wie ihr seht. Aber eben mich reißt's eben bei solchen Gesprächen immer weg. Das ist auch bei mir der Fall. Wenn mich jemand ständig beleidigt und das Gefühl hat, der muss immer die große Fresse schieben, nur weil ich irgendwie ein, zwei Kills mehr hab, dann heißt's plötzlich, du Cheater, du scheiß Ausländer und sonst irgendwas. Ja, ich bin Ausländer. Aber trotzdem, ey. Alter, wenn ich's nicht könnte, lass es doch einfach bleiben, ey. Geht nicht immer auf die Nationalitäten, ey. Das ist doch einfach nur behindert und behämmert. Und vor allem ständig das Gefluche und das Gejammere, das ist doch irgendwie wo durchmühsam. Und ich hab das Gefühl, es endet nie. Das ist immer irgendwie so ein Zyklus, der sich dreht. Und jetzt heißt's plötzlich Fluche, 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 Fluche. Also Junge, dann FICK! Endlich mal was. Dann hast du vielleicht weniger Aggressionen, ey. Such dir eine Freundin, such dir das wahre Leben und geh irgendwie Pokémon spielen oder sowas. Jo, eben. Ich hab's vorhin schon angesprochen. Ich will mich nochmal in meinem Namen entschuldigen, dass ich zwei bis drei Wochen lang keine Videos gepostet hab. Ich hatte Internetprobleme. Und zwar mein Provider, der hatte irgendwie welche, keine Ahnung, Komplikationen drin. Der konnte dieses Problem nicht beheben. Und ich hab rumtelefoniert wie ein Behinderter und hab ständig die Lösung gesucht und gemacht und getan. Es hat sich nie was ergeben. Und die dachten immer nur so, ja, warten Sie bis morgen, dann sollte es wieder laufen. Lutschschwanz, egal. Es war am witzigsten, wo ich dann mit einer gesprochen hab, mit einer Frau am Telefon, hab ich gesagt, also bitte schaltet mir endlich mal das Internet durch. Ey, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwo durch was zocken oder posten oder sonst irgendwie. Und dann meint sie, ja, ich sehe hier im System, Ihnen wurde anstatt einer Leitung irgendwie zwölf Leitungen zugewiesen. Hab ich gesagt, was? Wie bitte? Seid ihr die Profis oder bin ich der Profi? Da kommen wir wieder zu Rage-Mode. Also da ging bei mir der Rage-Mode wieder an. Hab ich gesagt, ja, hören Sie zu, ich weiß, Sie können nichts dafür. Aber bitte, bitte suchen Sie jetzt eine Lösung, ansonsten wechsel ich den Anbieter. Ey, das ging kaum 24 Stunden und ich hatte plötzlich wieder Internet. Wieso muss man erst beleidigend werden oder einfach ragen, damit man sein Ziel erreicht? Ich verstehe das nicht. Ich bin eigentlich nicht so eine Person, die ständig nur ragt und beleidigt und sonst irgendwas. Aber wenn die Leute es drauf ankommen lassen, dann muss man einfach durchdrehen. Und das war bei mir dann in diesem Moment einfach so, dass ich dann einfach durchdrehen musste, damit die überhaupt irgendwie wodurch sagen, okay, wir tun das jetzt. Aber was die dann schlussendlich genau machen, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht irgendwie rumfingern und rumdödeln da, mit dem Kollegen da unten schütteln, spielen oder so, sondern eher seriös die Arbeit machen. Also schließlich bezahlen wir für die Scheiße und wollen ja auch was Anständiges dafür bekommen. Ja, spielt eigentlich auch wirklich wie schon immer und eh und je gesagt keine Rolle. Ich habe jetzt mein Internet wieder, werde auf jeden Fall öfters mal was posten. Das nächste Thema werde ich mir noch angucken, was es ist. Eventuell geht es dann um Call of Duty Ghosts, das ja schon draußen ist. Ich habe auch die Tarnung und das Poster und sonst irgendwelche Schnickschnack-Scheiße. Ansonsten eben, guckt unbedingt vorbei bei The Click Games. Da werden auch jetzt neue Videos reinkommen. Also jetzt zum Beispiel mein Bruder Smoke, der hat jetzt schon neue Bilder drin. Äh, neue Videos, was Bilder. Und es ist auf jeden Fall funny. Man lacht sich kaputt, die Reaktion. Er spielt SCP und es ist einfach nur lustig. Ich werde jetzt auch bald mal anfangen damit und werde euch dann solche Videos posten mit Webcam natürlich. Alles live aufgenommen. Ihr werdet euch wegreißen. Also genießt die Show hier, genießt dann die Show auch da. Ich melde mich hier ab und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Cheerio Bye Bye. Euer Blaze Chris und bis zum nächsten Mal. Juuu.